Musik Pistons are huge Pistons are huge favored by lovers of redstone Which of these items cannot be moved with a piston? Ah, das ist einfach Mach mal, du Experte Der Tag ist, warte mal Crafting Table, Iron Trapdoor Bepowered Active Rail kannst du, will dich mir ein bewegen Den Daylight Sensor, glaube ich auch Crafting Table, Iron Trapdoor, vielleicht Ich glaube zwar, dass ich die bepowerte Rail nicht bewegen kann Aber dann geben wir erstmal einen Iron Trapdoor Es kann Und wieder Lass das Ach guck mal, hier läuft ein Timer runter Oh, hier läuft ein Timer runter Dieser Timer Ich sehe euch da unten noch Meine Fresse Oh Ja, so viel dazu Do not touch Ich hänge in der Luft Ich kriege nicht wirklich Schaden Wurde lebendig begraben Jetzt habe ich schon wieder diesen Effekt Könnt ihr das mal lassen? Springt Springt Dann kriegt ihr Damage Oh Mann, oh Mann Na endlich, ey Ich habe noch zwei Herzen, Leute Ja, dann kann man kein Crafting Table verschieben Also, ganz wahr Ganz ehrlich, ja Ich will auch mal Ja, push Oh Sargo, dann drück den blöden Punkt, wenn du schon nicht weggehst Ja, dann lass mich doch So, jetzt muss man doch ich durch Ich habe noch drei Herzen Also, kann man keinen Daylight Sensor drücken Äh, verschieben Also, weil jetzt lange gedauert The Ender Dragon is the final boss in Minecraft And can destroyed almost anything Which of these will remain intact if the dragon falls through it Warte, bitte was? Der Ender Drache ist der finale boss in Minecraft Und kann alles mögliche zerstören Äh, was von dem hier Äh, bleibt intakt Also, bleibt bestehen Wenn der Drache Da durchfliegt Ja Keine Ahnung Lava, Ender Portalrahmen, oder? Guck ich's aus Ich glaube, der kann der verstören Dann wär's Lava vielleicht Geronimo Lava? 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 Okay Ich glaube, mein Card eigentlich Guck mal, er zerstört Lava Ich warte mal, bis ihr zurück seid Ich glaube, das war MeinCard MeinCard, probier's aus MeinCards Sargo, wenn du Wenn du das Ergebnis weißt, kannst du ruhig was sagen, bevor wir uns 30 Mal gekillt haben Ich wusste nicht, ich hab nur Ich wusste nicht Die Frage auch nicht verstanden Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Eine Form, das ist mein Card Ja, wenn man die Schienen zusammen platziert Ach das hier, das hier, was hier ist dieses Phänomen Wenn du hier eine Schiene hast und links und rechts In welche Richtung läuft es dann zusammen vermutlich Keine Ahnung Oder hier in der Mitte halt Ja, das wird's sein, vermutlich Ja, genau In welche Richtung geht es Warte mal Ich bilde mir ein, es geht immer da so rum Oder Das wäre Süd, Ost Ne, das wäre Nord Wo ist Nord? Achso, F3 Nord, Süd Nord, Süd? Ne, Nord, Süd macht keinen Sinn Das ist Süd, Ost Ich probier mal Süd, Ost Komm Da ist I's War richtig Endermen have an Endermen have annoying habit of stealing blocks Which of these blocks can Endermen not carry? Den T-Kanner Den T-Kanner auch Kaktus? Kaktus kriegt der Schaden Beim Kaktus kriegt der Schaden Dann geh durch Wieso wusste ich das? Also ich hatte Ich weiß Ich wäre nämlich für TNT gewesen Kann er auch klauen Oh oh Schnee-Globeck war der da Boom Schade, ich wollte das Loch treffen Dann bleibt Schnee oder Clay Ich geh mal Schnee Mein Kaktus Minecraft does some strange things with blocks highest on the y-axis Which of these would be the shortest if standing on the top center? Oh Oh Michael Achso Das kleinste Lab on cobblestone wall Ne das ist Guck mal hier Guck mal hier Guck mal nach rechts Achso Ernsthaft Ja Was denn? Achso Snow on cobblestone Snow on cobblestone Weil snow kannst du ja Dann hast du diese Diesen einen Block und den einen Pixel mehr Oder carpet on cobblestone wall Das müsste das gleiche sein Soll ich mal meine Antwort geben? Ja, was ist deine Antwort? Die sind alle vier gleich Oh, doch nicht Hab ich mir fast gedacht Ja, aber die sind doch auf der y-Achse gleich Nicht hoch Nicht gleich hoch Schnee ist Ähm Es gibt ja gewisse Ich kann doch kein Jump'n'Run Ich kann doch kein Jump'n'Run Ich kann doch kein Jump'n'Run Ich kann doch nicht Wie kriegt ihr das hier hin? Äh, ganz ehrlich Das sind unsichtbare Blöcke Der ganze Boden besteht aus unsichtbaren Blöcken Das ist ja Info Also es ist garantiert der Der Schnee am Cobblestone Okay Weil Schnee plus 0,1 hoch ist Minecraft has many achievements to obtain What is required to gain the achievement title The beginning The beginning Ich glaube das erste Warte, 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 warte Warte, 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 warte Ich Give Achievement Fahrturnier Äh, the beginning The beginning The beginning is Diamond is high diamonds Craft your first item Das gibt's nicht Craft your first item gibt's glaube ich nicht Build a wither is wither Locate the end is the end Ja doch dann das erste item vielleicht Ja doch dann das erste item vielleicht, hä Crafting your first item Eine Werkbank Lagt euch, dann kommt ihr schneller dort nach vorne Wenn Fathurnier, ne stopp Sargo, wenn Fathurnier auf dem Seelensand ist, dann geht's Ja dann geh auch mal Ja und jetzt Keine Ahnung Warum hast du nen Block Ich hab ne Werkbank gecraftet Alle mal auf ihn Ich denke wir hätten da hinten an die Kiste gemusst Ich bin oben Probiert das aus Warte mal auf ihn ist da hinten ne Kiste Achso, da ist ein Knopf Ich hab zwei Werkbänge jetzt Ähm Also nochmal, the beginning Das, das ist Diamonds Das heißt wirklich Diamonds Ja, man Also das befürchtet, dass hier etwas passiert Äh Da war ne Spitzhacke drin Oh eh noch Ja so, mach mal Mach doch den Dispenser weg Anstelle den, den Es geht nicht, da ist nix drin Ne, du sollst ihn kaputt machen Ich kann ihn nicht kaputt machen Achso Ja dann müssen wir jetzt das Loch finden Oh, ist das gemein Deswegen gibt es wahrscheinlich nur eh noch Ja, das wird ein Loch sein Ja, hier sind Diamanten 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 Oh Danke, Dark Hey, ihr habt ein Geschick Das ist Ja, töte Sargo Dann kannst du dich da freikaufen Ich kann auch einfach nochmal auf ne falsche Plattform laufen hier oben Mach einfach irgendwie Ich kann einfach slash kill eingeben Es geht nicht Ich weiß nicht, ob das geht Ich wäre von Anfang an gewesen für Locate the End Locate the End Gewinnen Press the Baton to get the wool Hast du die bekommen? Ups Actually Actually no, incorrect Darko Da Darko, wo bist du durchgelaufen? No, wo? Ja, anscheinend schon Ja, du bist nur irgendwo durchgelaufen eben Nein Uh, actually Ach, das ist falsch Das ist ein Fake Das ist ein Fake Dann ist es Kill the Wither Das ist ja mal fies, ey Diese Säcke Beside Steve or Alex There have been a few named characters in Minecraft throughout Its time later removed Which of these has never been a part of Minecraft? Beast Boy Ich halt mich raus Black Steve, Eddie Rainer Rainer Beine Ahnung Rainer Ach, jetzt dürfen wir angeln Da, Rainer Da hinten steht was Lost your fishing road Achso Ach, wir müssen die alle töten Wo darf ich springen? Das ist eigentlich total einfach Nein, wir müssen wahrscheinlich Rainer töten Achso, ist die Da ist sie Ja, ja, ich seh sie Die steht am Abgrundenfeld nicht Die steht am Abgrundenfeld nicht Black Steve Black Steve Ja, toll Ja, ich hab das Problem gelöst mit einem Zug Ich geh mal durch, Eddie Dann Beast Boy Beast Boy Eddie, ernsthaft? Warte Warte, ja, nee Egal The creation of Minecraft Nochmal The creation of Minecraft Was heavily influenced by which of these games? Keine Ahnung Ich halte mich raus Macht ihr mal Ace of Spades Ace of Spades Ich bin diese Idee so mega Ah, hier ist eine Truhe Hör auf, hier ist eine Truhe Ace of Space liegt in dem Papier da drin Das war natürlich Infi-Miner Das wusstest du? Ja, aber Ace of Spades war lustiger Das ist doof Hör auf Mojang, the game studio that developed Minecraft And was originally found by three individuals Who was not one of the founders Karl Meneff Sicher? Obwohl, warte mal Markus Persson Du wirst so ein Genius Guck mal, das ist notch Markus Karl, komm Jetzt Ach, Karl, es ist auch nicht Es war top Oh, ja, komm Warte jetzt einfach, bevor ihr... Jetzt haben wir alle drei Idioten hier Was? Einer von diesen Monstern ist über die Platte gelaufen So What was the original name of Mojang? AB Nee Mojang is Vichifications It has always been just Mojang Oh Wo seid ihr denn? Ich falle Ich glaube, wir fallen, wollte ich gerade sagen Ah, da kommt was 30 Ist das letzte Na, ich glaube, da kommt noch was Mojang Mojang Mach, ich will nochmal fallen Oh, scheiße Warte doch, ich nicht Ja, du kannst das andere gerne noch aus... Ich hab die Wolle Ich hab zwei Useless Ich pack alle beide rein, oder? Ja Kurze Pause Ich muss mal kurz Nasen schnauben Okay Tschüss Und dann Wunderschön Es fluckt auch Okay, dann haben wir das auch abgehakt Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschau Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschau 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 K Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020